Hey, what's up, und willkommen zu einem neuen Video Rainbow Six Siege alleine. Und das beste ist, wir fangen mit einem Opening an. Und das machen wir jetzt. Blau, das soll gut sein. Ja, oh, ein Talisman, geil. Nächster öffnen. Und, was haben wir hier? Noch was blaues. Und, was haben wir? Ja, geil. Isolation für wen? Ach, die habe ich gerade hier. Naja. Blau, blau, blau. Was haben wir hier? Oh, noch ein Talisman, ist ja cool. Nix zu öffnen. Ich glaube, das ist sogar die letzte. Blau, blau, blau. Oh, ne geile Waffe. Aber für ihn? Oh, den hätte ich gerne gehabt, aber... Kann ich mir nicht leisten. Ich bin zu arm. Naja. Oh. Kann ich noch einupfen? Es gibt hier was blaues, und was kriege ich da? KeepCoreman Flashping. Geiler Talisman. Gibt es noch was? Noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas? Atem? Ha? Ha? Ne. Was ist das? Ah. Interessant. Startseite. Ich denke, dann spielen wir. Ja. Ja. Geschätzte Wolfszeitraum. Oh, ich mag Blitz. Blitz is cool. Blitz is true. Und... 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 Ich bin hier. Oh, ne geile Map. Reichssicher. Geil, Ovu. Das ist erstmal die dritte Runde. Aber ich bin trotzdem noch schlecht. Hey. Lass mal mit Blitz reinrennen. It shoots. Ja. Passt sogar für ihn, weil er ja flasht. Hehe. Ja. Was geht los? Wir haben nen Fuse. Ja. Es is cool. Hopp. Dann geht die Runde los. Och ne. Wir haben nen Rekruten. Mano. Warum braucht der Typ so lange? Ach, endlich. Den Standort des Bio-Gefahrsuchsbehälters finden. Bio-Gefahrsuchs... Okay. Kann ich hier rein springen? Boah, ich kann nicht ans Auto springen. Schade. Das wär cool gewesen. Das ist kommender. Die Gefahrsichts-Gefahrsung. Ja. Äh, ja lol. Ziel, Freunde. Oh, da hat's geballert. 5 Sekunden bis dahin. 6 Sekunden bis dahin. Das ist ganz schön. Naaaauuuu. Wie läuft? Dieser, nein. Der Kletterte über hoch. Denkst du, so I don't give a fuck. Der ist wieder hoch. Ja, ja. Lass mich hier hoch! Nein! Nein! Halt! Stopp! Das sieht lustig aus. Da geht's auf jeden Fall ab. Dann renne ich mal hier rein. Ich wurde in dem. Geil. Ein bisschen James Bond Action. Hallo? Was ist hier passiert? Warum werde ich ein Grund entdeckt? Ach, hier habe ich schon mal ein Tutorial drin gespielt. Hallo? Oh, oh, oh! Scheiße! Von hinten oder von wo? Mixer. Natürlich! Wo denn? Ja, mit C4! Toll! Oh, Mann! Wo müssen die Runden immer so scheiße sein für mich? Ich glaube, das Gegner-Team ist so okay. Hm, 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 Partei sehr gerne. Okay. Dann nehme ich, glaube, ihn da. Nitro-Handy. Geil. Die Ausrüstung bestätigen. Kann ich dir helfen so? Ich glaube, das kannst du. Wartet. Sofort wieder da. Nimm Joghurt! Ich werde das erstmal alles schön präparieren. Den Raum sichern. Hallo? Ich mach jetzt den richtigen Arschloch auf. Der Lull. Ich muss mir nur hoffen, dass da jemand reingeht. Wo? Wo, wo? Haha. Bitch. Ja, jetzt sollte ich mich beeilen, hier abzuhauen. Ja, schaffe ich nicht. Ich hab Angst. Hallo, kann ich anschauen, bitte? Ich glaube, ich hab ein Problem, weil ich... Oh, scheiße. Oh, von wo, von wo? Treffe. Wo? Ich hab Angst. Gibt's noch... Äh, der Rekrut stoppt. Und nur das... Ja, mit dem Lippen. Hallo? Ist hier vielleicht noch irgendjemand? Scheiße. Das hab ich gefailt. Was? Sorry. Das wollte ich jetzt machen. Was sind die? Oh Gott. Ab wie für die sind. Uaahhhhhhhhh. Hrrrrrrrrrrrrrrr. Hrrrrrrr. Hrrrrrrrrrrr. Ja, ich hab... Sorry. Hä? Was mach ich denn? Die Waffe ist krass. Oh scheiße, ich fiel wieder rein. Scheiße. Tja, verkackt würde ich mal sagen. Hat das hier was? Ist der gestorben? Der Typ ist gestorben, oder? Ich fiel hier durch. Hallo. Darf ich hier durch, bitte? Darf ich hier bitte durch? Ui! Oh Gott, von wo? Scheiße. Hey, ich hab doch voll auf den geballert. Hä? Toll. Ich bin... Wär so eine Hilfe in diesem Match... Ja... Dein Team wurde eliminiert. Ja, das weiß ich auch schon. Mann... Matchball! Ich denk mal, ich geh... Slash... Sleech... Nope. Ja... Anfassen... Ja... Anfassen... Psiho... 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 Hallo, ich bin Hano... Hallo... Hallo? Ist hier jemand? Oh, ich höre die Bombe! Ich höre die Bombe! Ich höre die Bombe! Auf jeden Fall toll! Auf jeden Fall toll! Jetzt war ich auf jeden Fall, dass ich... nicht... in die Garage gehen sollte... es aber trotzdem tun werde... weil ich Spaß am Leben hab... Wo ist die Garage? Geht das eigentlich? Nee... Natürlich krieg ich das auch nicht kaputt... Ich wurde entdeckt! Nein! Kann ich das durchschlagen? Nein! Äh, Leute... Was zum... Zum Fick! Kann ich das hier zerschlagen? Bitte! Boah! Kann ich das zerschlagen? Nein! Nein! Kann ich mir irgendwas zerschlagen? Nein! Nicht aussieht! Oh, da schießt jemand! Pick dich! Bist du ein Nudelsohn? Gucken, ob ich ihn hiervon seh... Nein! Pein draußen entdeckt wohl! Kann ich hier bitte rein? Scheiße! Scheiße! Ja! Schicken! Und es lebt nur noch einer von uns! Und das andere Team ist noch voll tief! Und wir haben dieses Match verloren! Ernsthaft! Und da ist einer unter ihm! Und kriegt er nicht! Ja! Und da ist einer unter ihm! Ich sage Schau! Ich sage Schau!